Hallo, ich bin der Andreas Vollenweider und ich freue mich heute an diesem besonderen Tag, dem Giving Tuesday, ein bisschen Musik für euch zu machen. Giving Tuesday ist eine Aktion, die an die Black Fridays anknüpft und an die vielen Menschen erinnern will, die nicht die kleinste Chancen haben, jemals an einer Schnäppchenjagd teilzunehmen. Viele von euch haben unserem Hilfswerk in den 40 Jahren seines Bestehens durch eure Spenden ermöglicht, vielen 10.000 der Vergessenen und Ärmsten auf dieser Welt Nothilfe und Perspektive zu geben. Und da scheint mir ein Song, den ich schon vor vielen Jahren gemacht habe, sehr passend zu sein. Er heisst These Hearts of Gold. Eigentlich hatten wir zu unserem 40-jährigen Jubiläum viele tolle Events geplant, aber Covid hat auch bei uns alles über den Haufen geworfen. Wir werden das aber nachholen, sobald es wieder möglich ist. Bis dahin möchten wir uns mit kleineren Aktionen wie heute sehr herzlich bei euch für eure Hearts of Gold bedanken. Aktionen wie heute ist ein Aktionen wie heute ist. Aktionen wie heute ist ein Aktionen wie heute ist. Aktionen wie heute ist ein Aktionen wie heute ist. Aktionen wie heute ist ein Aktionen wie heute ist. Aktionen wie heute ist ein Aktionen wie heute ist. Aktionen wie heute ist ein Aktionen wie heute ist. Aktionen wie heute ist ein Aktionen wie heute ist. Aktionen wie heute ist ein Aktionen wie heute ist. Aktionen wie heute ist ein Aktionen wie heute ist. Aktionen wie heute ist ein Aktionen wie heute ist. Aktionen wie heute ist ein Aktionen wie heute ist. Aktionen wie heute ist ein Aktionen wie heute ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020